Das geht eh voll aus mit nerven. Hier postet er bei Facebook. Welthuntergang. Haben noch ein Stück an. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Da, 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 da. Das ist das, was du willst. Ach, krass. Oh, mein Headset war wieder mal spät. F***. F***. Ja. Oh, 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 oh. Woah, 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 woah. Oh, wir haben alles im Griff. Nichts passiert. Oh, da ist wieder einer. 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 Wir brauchen ein kleiner Reweil. Oh, da ist wieder einer. Ich habe letztens gesehen, wenn die Granate gegen die Fettkiste gewirft, während die eine macht, wenn sie zu Fettkiste gewirft. Ehrlich? Oh, mein Gott. Wenn man ja gegen Jagger weg ist, ist auch Jagger weg. Ja, ja. Bei Punch-Automate ist dann die Waffe auch weg, glaube ich. Ich weiß nichts. Ich bin irgendwie so. Ehrlich. Ich fehler mich. Ja. Und in. Okay. I don't know. I don't know. I'm just thinking. I don't know. I don't know. I'm just thinking. I'm playing. Sorry. Bye-bye! No, come on. Double points! Double points! Um... Um... No, she... crawl it! Listen! Good to meet you. No... They simply go! I really didn't know. No broken! Irgendwie! Es ist hier verdammt ruhig, dafür dass wir acht Leute sind. Konzentration! Keiner will kacken, verkacken irgendwie. Wir sind ja Weihnachtsfest. Ja nur zu, braucht doch ein bisschen Bewegung. Ich seh schon die Kommentare. Boah ist das langweilig, ich geh kacken. Der Land und Weile Blocker. Oh Gott! Nein! Nein! Das ist wirklich ein Absurd Überschüßige Feature Wenn die Zombies dann explodieren Ich glaube der ist eins Das ist ein Wettung gleich Töre, Töre, Töre Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I have a point. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, ich schlafe gleich an. Ach echt, das war ja super. Schenkelklopper. Jungs, 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 jungs. Jungs, 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 jungs. 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 Jawohl, ein Snipe. Endlich. Ja, das freut man sich mal. Ja. 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 Ich glaube ich pimp gleich hier die Sniper auf Ich kann nur einer sagen, der auf dem Sniper spielt Oder? Ja, bleib hier auf der Tür Halt da Halt da bis hier Mir macht das nichts aus, ihr könnt ruhig diesen Stinkerfleisch auf mich schmeißen Dann brauche ich jetzt keinen Zombies Jo, ich hab Fleisch Immer zu mir Ja, das macht auch aus dem Blöner Ja Das finde ich Ich glaube die alle noch so aussehen, so Black Ops, voll aufschuldig allgemein. Also, ich darf nur Black Ops spielen. Hat einer kein Verbindungsproblem bei dem Spiel? Nein. Ja, wo es bei ihm gut läuft. Ich meine, das krasse bei mir ist irgendwie, auch wenn es gut läuft, habe ich immer einen Typen dabei, der irgendwie nicht grepieren will. Mindestens einen. Das merkt man auch, jedes Mal. Ich laufe rum, ich kill den, ich kill den, ich kill den. Und dann kommt mir der Typ vor die 5, der nicht down geht und zack, weg ist die Serie. Dann fängst du wieder neu an. Dann machst du wieder 5, 6 kills, kommt wieder der Typ. Zack, geht nicht down und du liegst da. Streak ist vorbei. Du bist auf Normal gestellt oder auf Live? Und dann fängst du wieder auf. Ich hätte ja keine 8 Stunden hier gesucht. Ja! Hahaha! Bye bye! Na! Na! Hahaha! Hahaha! Verarscht! Hahaha! Ja! Dieser Tum! Jawoll! 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 Ja! Ja! Jajj! 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 Jetzt muss ich die Sniper wegschmeißen Jetzt ist das auch schon wieder Fack Jawoll Fack Fack Fack